Dass ein Programm im Hauptspeicher liegt, haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Aber was passiert, wenn mehrere Programme im Hauptspeicher liegen? Wie ist dann der gesamte verfügbare physikalische Hauptspeicher aufgeteilt? Zunächst einmal ist es logisch, dass man ein Programm, sobald es startet, nicht nur als diese Folge von Befehlen sieht, sondern dass zu diesem Programm auch Daten gehören, die gleichzeitig im Hauptspeicher gehalten werden müssen. Ganz allgemein wird der zu einem Prozess zugehörige Speicherbereich eingeteilt in ein sogenanntes Textsegment und in ein Datensegment. Im Textsegment befinden sich alle Befehle, normalerweise natürlich in Maschinensprache kodiert, und im Datensegment, wie der Name schon sagt, befinden sich die Daten, die der Prozess zur Laufzeit benötigt oder erzeugt. Solange es nur ein einzelnes Programm im Hauptspeicher gibt, ist alles noch sehr einfach. Wir wissen, dass dieses eine Programm an Speicherstelle 0 im Hauptspeicher beginnt und dass der gesamte verfügbare Hauptspeicher diesem einen Prozess dann zugeordnet sein muss. Damit jetzt neben unserem Prozess A in diesem Beispiel noch ein weiterer Prozess den Hauptspeicher belegen kann, muss natürlich zunächst einmal noch Hauptspeicher frei sein. Wir müssen also wissen, wie viel Speicherplatz belegt unser Prozess A und dann kann der Prozess B genau dort angesiedelt werden, wo A aufhört und auch für Prozess B wäre es sinnvoll, wenn wir genau wüssten, wie viel Platz belegt er. Existiert jetzt weiterer freier Speicherplatz darüber, können natürlich auch weitere Prozesse noch eingelagert werden. Das Spielchen kann sofort gesetzt werden, bis der gesamte Hauptspeicher belegt ist oder bis der letzte freie Rest des Hauptspeichers nicht mehr groß genug ist, um noch einen weiteren Prozess aufzunehmen. Das Entscheidende bei dieser Anordnung der Prozesse im Hauptspeicher ist es zu erkennen, dass die Prozesse zusammenhängend sind. Die Speicherbereiche, die belegt werden, sind jeweils komplett zusammenhängend, Textsegment, darüber das Datensegment und wenn beides vorbei ist, kommt der nächste Prozess mit seinem Textsegment und seinem Datensegment. Und warum ist das so? Nun, weil es die einfachste Variante ist, nicht nur die einfachste vom Erklären hier in diesem Video, sondern es ist auch die einfachste Variante von der praktischen Umsetzung. Wenn also so etwas gebaut werden muss, so etwas programmiert werden muss, dann geht man zunächst einmal den einfachsten Weg, das wurde hier getan, das konnte umgesetzt werden und Optimierungen, die wir auch später noch sehen werden, machen das Ganze komplexer und schwieriger, aber dazu kommen wir in einem späteren Video. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020